Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Wir haben das Jahr 2023 und ein neues exklusives Franchise im Horrorbereich entsteht. Damit ist natürlich Anthropophagus gemeint. Diesen fantastischen zweiten Teil, der jetzt herausgekommen ist, bespreche ich mit dem lieben Torben. Moin. Moin zusammen. Ja, ich bin Till und wir haben diesen Film uns rausgepickt, denn er bekommt einen kleinen Release. Aber nun, ich denke nicht, dass der in so vielen Kinos starten wird. Und zwar, ganz kurz, Teil 2 ist von Dario Germani. Kanntest du den? Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir sagt keiner der Hinterkunden auch nur irgendwas. Ich habe auch mal geguckt, außer jetzt tatsächlich, Entschuldigung, Man-Eater, habe ich Anthropophagus 2 gesagt. Bei uns läuft der natürlich als Man-Eater. Niemand kennt diesen Regisseur bezüglich seiner Filme nicht mal. Den jetzigen Film, bei mir zum Beispiel bei Letterboxd, hat den niemand gesehen. Ja, 1980 kam Teil 1 raus, Anthropophagus, damals beschlagnahmt und ein absoluter Skandalfilm. Der Film damals von Joe D'Amato, den kann man kennen, zumindest in Horrorkreisen, italienischen Horrorkreisen. Da kann man den vielleicht, ich gucke mal, was wir von gehört haben. Hast du von dem irgendwas geguckt? Gar nichts. Jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern könnte. Alles klar. Also Anthropophagus 1, wie gesagt, ist nicht mehr beschlagnahmt seit letztem Jahr. Dieser Film ist die absolute Langeweile. Es geht um einen Kannibalen auf einer Insel, der alles wegschnetzelt, angeblich. Aber in 60 Minuten von 92 Minuten passiert gar nichts. Also wirklich nichts. Absolute Langeweile. Und dann sieht man ein bisschen Gor, ein ganz bisschen. Und diese absolute Beschlagnahmungsszene ist dann, wie er mit der Hand ein Fötus aus einer Frau holt und den anknabbert. Damit startet ja dann auch Teil 2. Worum geht's da? Ja, wir begegnen als allererstes einem Atombunker. In diesem Atombunker ist eine, ich sag mal, kleine Gruppe von Menschenfressern zusammengekommen, die es sich zur Aufhabe gemacht hat, Unglückliche, die sich in diesem Ort verirrt haben, Stück für Stück auseinanderzunehmen. Und zu dieser Gruppe zählt eine Gruppe von jungen Studentinnen. Das sind wirklich nur Frauen, die sich hier 24 Stunden nur mit dem Nötigsten ausgestattet in diesen Bunker begeben haben. Natürlich auch ohne Handys, um nicht abgelenkt zu werden. Und dann nach und nach von besagtem Killer abgeschnetzelt zu werden. Und es gibt, ja, gerade am Anfang eine ordentliche Härte, die aber zunehmend abnimmt während des Films. Aber das ist im Groben auch schon die Handlung, muss man sagen. Es geht hier wirklich nur um Body Horror und ein bisschen den Kill Count hochzutreiben. Das stimmt. Im Endeffekt ist das alles, ne? Wir sehen die Truppe Frauen und die geht da rein und der Film startet ja im Endeffekt doch mit einer ziemlich krassen Szene. Auch da geht es um eine schwangere Frau. Ich nenne es mal das Anknuspern eines noch nicht geborenen Kindes, um so ein bisschen zu zeigen. Guckt mal, wir beziehen uns natürlich auf Teil 1. Anthropophagus oder auch Maneater oder auch Grim Reaper, je nachdem, in welchem Land man diesen Film guckt. Und ansonsten hat das Ding, auch wenn es offiziell Anthropophagus 2 ist, gar nichts damit zu tun. Das kann alles sein. Da verknüpft sich gar nichts. Außer diese, wie gesagt, diese ekelhafte Fötus-Szene. Ja, ich weiß nicht, was die geritten hat. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Ding. Wir haben hier ein Script, das ist schon ewig in der Schublade und dann wird es ja gerne mal, das war ja, ist ja bei Hellraiser früher auch gerne mal so gewesen zum Beispiel, dafür benutzt. Wir nennen es einfach Hellraiser, in dem Fall jetzt Anthropophagus oder auch Maneater. Und dann kommen vielleicht ein paar mehr Leute ins Kino oder kaufen sich das Ding. Hätte das, hätte das bei dir gezogen, obwohl du kennst den Teil ja nicht, ne? Aber zieht das bei dir generell, wenn etwas einen bekannteren Namen hat und dann einfach nur so eine lose Story drumherum gewurschtelt wurde? Es kommt drauf an. Es gab so einige Horrorfilme, wo ich die Originalvorlage nicht kannte. Der Anführer dieser Liste, der auch ziemlich gut ist, ist Maniac mit Lyle Wood, der ziemlich gut war. Und ich mir daraufhin mal das Original reingezogen habe. Hat mich auch nicht enttäuscht. Und hier schien es mir allerdings nicht notwendig, irgendwas zu wissen, weil der Film funktioniert auch als alleinstehend. Ja, was heißt funktionieren? Es gibt ihn. Ob er funktioniert, mag man den Zuschauern im Einzelnen überlassen. Aber ich glaube nicht, dass abgesehen von der Szene, die du gerade angesprochen hast, da sehr viel Bezug aufs Original genommen wird oder auf den Vorgänger. Aber um deine Frage zu beantworten, ehrlich gesagt zieht es mich nicht rein. Also hätte ich den Film irgendwo im DVD-Regal liegen sehen, hätte er mich kalt gelassen, absolut. Ja, das ist bei mir auch ähnlich. Ich habe nicht mal, obwohl ich das Original kenne. Klar, wir haben jetzt den Screener und als Horrorfan und Filmgucker, Horrorfilm-Fillgucker, gucke ich mir das an. Aber nicht, weil ich sage, geil, endlich kommt Teil 2 raus nach 43 Jahren. Das ist bei mir auch so. Ja, du hast gesagt, der funktioniert oder funktioniert eben nicht. Hat er für dich funktioniert und ab wann hat er nicht mehr funktioniert? Stellenweise hat er funktioniert, weil ich generell es mag, wenn eine Gruppe Überlebender oder eben möglicherweise Opfer sich in ein Szenario begibt, aus dem es kein Entkommen mehr gibt. Also sie können hier einfach nicht raus, weil die Türen halt zu sind, aber ich mag es generell in stimmigen Situationen, stimmigen Filmen, wenn die Protagonisten halt mit dem klarkommen müssen, was sie gerade haben, um mit der Bedrohung, die immer lauert, Herr zu werden. Und ich werfe jetzt hier mal ein paar richtig geile Namen im Raum, wie John Carpenter, das Ding aus einer anderen Welt, Alien oder auch Event Horizon. Da weist eigentlich, da draußen lauert auch der Tod, wir können nicht raus. Und da drin müssen wir mit den spartanischen Mitteln klarkommen, die wir haben. Dieser Film ist mit natürlich keinem davon auch nur ansatzweise vergleichbar, aber wie gesagt, diese unheimliche Atmosphäre und okay, wie werden wir dieser Bedrohung jetzt her? Immerhin ein, zwei Stimmungsmomente hat der Film, auch wenn ich sagen muss, das nimmt wirklich ab, da wir die Bedrohung schon am Anfang sehen. Wir haben hier nichts Unbekanntes. Wir werden schon im Titel darauf getrimmt, was hier uns erwartet. Und der Film nimmt sich da auch selbst sehr viel Spannungsebene. Ich weiß nicht, ob er den aufbauen wollte, aber ansonsten funktioniert der nur bedingt. Ja, das denke ich auch. Gut, du hast natürlich jetzt richtige Knallerfilme genannt, aber ja. Ich weiß, man vergleicht hier wirklich die High Class mit dem, was man so am Grabbeltisch mal für 4,99 auf einem 4 für 5 DVDs oder so findet. Ja, genau. Die habe ich jetzt bewusst gewählt, nur um zu zeigen, alles klar, hier, das und das meint er. Hier ist es natürlich um einiges runtergedampft. Ja, am Anfang, klar, die Anfangsszene ist natürlich, guckt mal, jetzt kommt was richtig Krasses auf euch zu, das wird ein richtiges Schnetzelfest. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich nur so eine Art Torture-Porn, weil... Ja, das trifft. Du hast leider nicht mal die Art von Slasher, die in diese Umgebung reinpassen würde, weil der Schurke-Killer-Kannibale schnappt sich jemanden, fesselt ihn und dann folgen kurze Gewaltszenen, die teilweise wirklich gut aussehen. Teilweise, weiß ich nicht, finde ich es schon fraglich, wenn man sieht, okay, die Maske, die dort auf dem Gesicht liegt, die liegt nicht mal ganz auf und die Augenhöhlen sind voll tief und dann wird das Gesicht runtergerubbt. Das ist von gut bis schlecht, aber es ist halt nur Torture-Porn. Jemand wird gefangen, wählt, dann wird das meistens gegessen, was da abgerubbt wurde und dann geht es dem nächsten an den Kragen. Das ist das, wo er am meisten Schwäche zeigt, weil man hätte es auch schön gruselig gestalten können und das Charaktere dumm agieren. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen in irgendwelchen Horrorfilmen oder Slashern. Wenn sie es nicht tun, umso besser, aber wenn sie es tun, kann man oft auch drüber hinwegsehen. Aber hier war das immer nur so, Fangspielen, ich hab dich, ich fessel dich, dann kommt Gewaltszene X und dann geht es weiter. Das hat bei mir irgendwie nichts, ja, bei mir irgendwie kein Horrorherz gefreut. Nicht das Slasherherz, nicht das Schnetzelherz, nicht das Goreherz, gar nichts. Überhaupt nicht, muss ich sagen. Der Film beginnt sehr gewaltvoll, sehr krass, gerade für jemanden, also es kommt darauf an, was Leute manchmal auch triggert. Ich kann es zum Beispiel nicht gut, wenn irgendwie Augen krass zu Schaden kommen. Da muss ich auch manchmal sagen, okay, das tut mir auch weh. Oder wenn es dann Sachen mit Fingernägeln gibt, so rausreißen, drunter reinrammen, das tut dem Zuschauer weh. Beides hat der Film zwar auch sehr wenig, aber was mir aufgestoßen hat, gerade mit diesem hohen Gewaltpotenzial, das nahm immer weiter ab, insofern, dass die dann wirklich, also Killer kommt, fängt sich eine, sticht sie ab und damit, wir gehen zur nächsten Person. Ja. Aber auch noch nicht mal, das zeigt dieser Film leider. Er hat ein paar gute Momente, gerade in einer Szene, wo es eine Häutung eines Unterarms gibt. Ja, das stimmt. Das ist fies, da hat er so seine Gewaltspitzen, aber es wird schwierig. Also, und der Film wird ja davon aufgezogen, dass er von dieser Gewalt lebt. Ich meine, wir haben im Vorfeld Sachen wie Terrorfire 2 und auch das Sadness-Feel hier. Und das kann man halt null vergleichen, wirklich nicht. Und das sind schon Trash-Filme, die ja auch zwar Kultstatus haben, aber in der reiht sich der hier absolut nicht ein. Ja, das stimmt, das stimmt. Das fand ich auch. Die Szene, da wird ja auch jemand an den Beinen aufgehängt. Und da gibt es ja auch eine bekannte Szene nun mal aus Terrifier 1. Ja. Und da dachte ich mir gleich, okay, auf was spielt der an? Will er vielleicht daran anknüpfen? Irgendwie Horrorfilme untereinander, da bestehen ja auch nur mal Referenzen. Und hier gab es zum Beispiel auch eine Halloween-Referenz mit dieser Maske, oder war das denn? Das ist eher Leatherface. Genau, genau, da gab es eine Masken-Referenz. Aber ja, dann, er deutet halt an und dann macht er plötzlich doch nicht das. Gerade nach dem Start, der hätte vielleicht nicht so stark starten sollen. Also so stark, in Anführungsstrichen, im Gore-Bereich oder im grenzenüberschreitenden Bereich. Weil danach, ja, kippt das. Wie du schon sagtest, dann kommt nichts mehr groß, außer halt diese Unterarm-Szene. Das hat so ein paar Spitzen, ja. Aber man wird gerade hinten raus auch, nennen wir es Auflösung oder dann auch vorher der finale Kampf. Ich war nicht zufriedengestellt, weil alles irgendwie dumm war, vorhersehbar. Weiß nicht, oder? Ja, im großen Teil schon. Und der Film hat so seine bescheuerten 0815, ich schlitze euch alle auf, Teenie-Dummheiten. Denn so von wegen, Klassiker, wir sollten uns trennen. Und jedes Mal, wenn irgendwas gefragt würde, oh, meinst du das jetzt ernst? Ja, das ist, meint der Film ernst. Und dann natürlich der Klassiker, die finden eine Leiche. Oh, es war bestimmt ein Bär. Ja, genau. Hört auf mit dieser scheiß Bärenmasche, das ist schon nicht mehr lustig. Nein, überhaupt. Klar, man darf bei diesem Film nicht an Logik rangehen. Das ist eh absoluter Schwachsinn. Aber halt so Sachen, okay, der holt sich alle fünf Minuten eine neue, offensichtlich ernährt er sich von denen. Ist dem nicht klar, dass wenn er sie umbringt, das Fleisch schneller gammelt und er dann noch weniger zu essen hat im Endeffekt? Okay, es sind offensichtlich mehrere, von denen wir nur am Anfang was sehen. Wirkt sehr, sehr unausgegoren. Das siehst du, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass er ja als Kannibale sich von dem ernährt. Aber ja klar, natürlich vergammelt das alles, wenn er die direkt umbringt. Ja. Das ist völliger Quatsch, ja. Da denken viele Filme nicht dran, tatsächlich. Da gibt es, wie hieß denn der, hieß ja der Schacht, wo das Essen immer von oben nach unten? Ja. Da hat ja einer auch gesagt, pass auf, ich schneide dir einfach immer ein bisschen Fleisch ab, du musst aber am Leben bleiben. Der Schacht, den hatten wir ja auch hier beim Tele-Stammtisch besprochen. Und ja genau, da wird darauf geachtet, weil du weißt nicht, wann die nächste Horde von dummen Teenies hier ankommt. Ich muss auch sagen, auch wenn das jetzt hier ein bisschen doof klingt im Vergleich zu dem, dass wir Menschen massakrieren und teilweise auch sehr kaputte Szenen sehen. Also Frau, die an Beinen aufgehängt wird, kurzer Stöchchen im Bauch, es fließen haufenweise Eingeweide raus, die Frau ist sofort tot. Nein, so läuft es nicht, so schnell sterben Menschen auch wieder nicht. Es ist, weiß nicht, es ist ein bisschen, ja, man weiß nicht, was man sagen soll. Warum, also war das eine bewusste Entscheidung, den so faul zu machen oder dachte man nur, okay, war billig, haut rein, ist gut. Ja, ich glaube ja, das, was ich vorhin schon gesagt habe, das mit dem Drehbuch, dass es irgendwo verstaubt rumlag und dann hat man sich gesagt, oh Mann, wir müssen unbedingt ein Franchise drauf klatschen, damit wir den vielleicht sogar jetzt ins Kino bringen können. Und wie gesagt, der läuft jetzt am 19.10. an, also er läuft schon und ich habe gerade mal geguckt, ich finde kein Kinostart. Es ist halt ein staubiges Drehbuch, das auf ein Franchise oder jetzt ein Franchise draus gemacht hat und damit war es das und der wird ganz schnell wieder vergessen werden. Davon, also wie, beziehungsweise kann man etwas vergessen, das kaum jemand kennt und sieht, das ist ja auch wieder die Frage. Ja, nicht mal für diejenigen, die sich sagen, oh, da ist ein Killer mit offenbar mehreren, wie gesagt, auf die mehreren wird die wieder eingegangen, die sieht man am Anfang. Und das sind ein Haufen Frauen, ein paar von denen sehen ja schon recht appetitlich aus und ja, noch nicht mal ordentlich Bubi-Szenen gibt es zu sehen. Also, muss man leider sagen, ey, sowas gehört in Horrorfilmen, da gehören nun mal eher gerade im Trash-Film Brüste, muss man leider sagen. So klischeeverhaftet es ist, aber noch nicht mal die hast du hier in, die hast du am Anfang und Ende kurz, aber da hast du den Fokus definitiv woanders, eher auf teilweise, was schon wieder, ja, fast zu einer Handlung gehört, Hashtag Schwangere. Nicht mal da räumt er irgendwie gut ab. Und da geht er mir auch echt zu schlampig mit vielen um. Also, ich habe ein bisschen, Anführungszeichen, Überraschung gehabt, weil ich so meinen Tipp hatte, okay, wer wird das Final Girl? Ich dachte an Nora, also die Blonde, die am Schluss, gibt es ja noch zwei Mädels und die eine sagt, ey, ich lenke den ab und du machst den dann platt. Da dachte ich kurz, dass sie sogar ihre Freundin verrät. Also hier die, das wäre noch, ich dachte, okay, die war ohnehin schon dagegen, die Gruppe wurde gespalten, sie opfern sogar ganz bewusst eine ihrer Freundinnen. Und das ist ja auch eine Entscheidung von ihr. Und das macht sie aber nicht. Der Film ist da schon sehr konsequent. Es gibt dann wirklich keine, also eine sehr späte Einigkeit. Ey, wir müssen den jetzt zusammen platt machen, aber ja, kriegen sie auch nicht so hin. Aber dann wird da mit Sachen gespielt. Final Girl, also das jetzige Final Girl, haut dem Killer mit voller Mucht mit der Machete eins und der fängt diese Machete mit bloßer Hand ab. Wirklich. Ja, das ist... Da denke ich mir auch, ey, nein, nicht mit der bloßen Hand. Du hast nicht mal irgendwie einen Eisenhandschuh oder sowas an. Und ja, jetzt wollen wir wieder dem Killer irgendwelche Möchtegern über menschliche Fähigkeiten zugestehen, um es dann doch nochmal unnötig spannend zu machen, die Länge zu ziehen, um dann vielleicht sogar noch ein bisschen Geld rauszuschlagen für einen möglichen dritten Teil, weil der Film lässt sich diese Möglichkeit offen. Aber ja, und ich glaube, es sind sogar zwei Wochen, wo sich die Kids da haben einsperren lassen wollen. Aber aus meiner Sicht hat sich das nicht länger als 24 Stunden angefühlt. Aber ich glaube, es werden am Anfang zwei Wochen erwähnt, ja. Okay, letzte Frage. Wie und wo sollte ich diesen Film gucken? Im Kino? Im Stream? Kaufe ich ihn mir? Leiche ihn mir aus? Nehme ich meine immer gern genannten 99-Cent-Filme, die man sich leihen kann? Wo gucke ich den, wenn ich ihn denn gucken möchte? Streaming-Gienst. Ich würde nicht einen müden Euro dafür ausgeben. Also, nehmt ihr jemanden, der drauf steht, legt ihr noch zwei, drei andere Filme bereit, macht euch einen Trash-Film abendlich, guckt den als erstes und dann guckt die besseren. Stellt euch noch einen Kasten Bier dazu, der Klassiker. Ich weiß, ich empfehle das oft, den Leuten dabei zu trinken, aber es hilft vielleicht, weil, ja, der Film ist leider nicht sehr viel wert. Nicht mal auf der Slasher-Ebene. Klar, es gibt eine Menge dummer Slasher-Filme, aber der Film, den kann man noch nicht mal als Geheimtipp oder als irgendeine Perle in irgendeiner Form abtun. Der ist, den guckt man und fertig. Da kann man noch sogar nebenbei was machen. Das ist die gut 80 Minuten nicht wert, dran zu bleiben. Macht euch was an, macht eure Wäsche nebenbei, passt schon. Ja, ich würde vielleicht so weit gehen, dass man einfach nur, sobald es online ist, sich die, ähm, Kill-Count, ein Kill-Count-Video anguckt bei YouTube. Das reicht. Dann hat man alles, was man braucht und alles andere ist einfach wirklich Murks. Und ich denke, wir haben fast schon zu lange drüber geredet, weil, man hat es vielleicht rausgehört, es lohnt sich nicht. Nee, wir sind nicht angetan davon. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir durch. Mit Man-Eater 2, Anthropophagus 2. Läuft schon im Kino, entscheidet selbst. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Thorben hat das letzte Wort. Tschüss. Guckt euch eine der Filme an, als Empfehlung, falls ihr es noch nicht kennt, die wir im Laufe dieses Casts hier genannt haben. Da waren ein paar schönen Titel dabei. Wirklich alles davon ist um vieles gehaltvoller als das hier. Bis bald. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.